So, da sind wir auch schon wieder zurück, nämlich platziere Abhörgeräte zur Überwachung der I.O. Kommunikation. Ihr seht schon, auf der Map selber ist jetzt ein Ausrufezeichen und wir müssen zu allen drei Stationen heiß. Wir kriegen es wahrscheinlich nicht in einer Runde hin. Ich zeige euch gerade schon mal, wo hier die erste ist, weil ich mich schnell darüber gerannt bin. Mal gucken, wie das Ganze dann aussieht. Na, ah, so sieht das Ganze aus. Abhörgerät platzieren, zack. Und so hat man schon eins von drei abgeschlossen. Jetzt müssen wir natürlich noch einmal zu Fortress rüber und kommen und cavern. Ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, das Ganze in einer Runde zu machen. Ich gebe euch den Tipp, macht es einfach in mehreren. Wird einfacher. Wir probieren es natürlich trotzdem. Er probiert uns natürlich zu holen. Ne, er lässt uns in Ruhe. Ehrenmann. So, ich fahre aber jetzt trotzdem da rüber. Aber das Problem ist halt natürlich, das in einer Runde zu machen, ist in meinen Augen fast unmöglich. Außer ihr habt Glück mit den Gegnern. Aber ihr seht ja schon, wo die nächste ist. Da ist auch noch der Boss. Also da werdet ihr sowieso ein bisschen Probleme kriegen. Ich hoffe, das Auto ist jetzt nicht zu laut. Aber probieren es einfach mal. Ansonsten denkt dran, ihr seht das Ganze immer auf der Map, wo das nochmal ist. Entweder halt, ich denke mal, hier sind sie unten, ja, nehmen wir das Auto als Schutz, einmal hin, einmal durchgefahren, schnell wieder weg hier. Ja, 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 zack, 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 weg. So, zack, zack, zack. Hallo, ich will in die Aufträge rein. Einmal da markiert. Und dann würde ich sagen, fahren wir einmal um den Berg rum. Vielleicht kriegst du auch in einer Runde hin. Würde mich wundern. Aber wir probieren es. 360 Meter ist okay. Vor allem das Lustige ist immer die Storyline, ne? Als ob wir so viel Zeit haben, uns die Story da großartig anzuhören. Wir gehen einfach hin, sammeln schnell auf und dann würde ich sagen, wieder Abfahrt. Und genau zielen. So müsste ich ja genau auf den Punkt landen. So, wir achten auf die Minimap. Und da sehen wir uns schon in den Kasten. Also doch in einer Runde easy gemacht. Zack. Ja, er farmt mich ab. Ja, 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 ist gut. Wir haben es verstanden. So, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Lasst gerne Like da. Wenn ihr noch keine Abonnenten habt, gerne ein Abo da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Aufgabe, wo wir hier wieder irgendwas etabliert müssen. Und in dem Sinne, haut rein.